ist gerade alles am schreien ja aber ich habe deine spur verloren also diese meine blutspur ist hier hinten das war die die nach ja die haben wir jetzt gerade verfolgt genau hierhin hier oben hier oben ich hab's ich hab sie wieder hier oben liegt auch Tatsache warte mal jetzt bin ich wieder im Raternfeld vielleicht kann ich hier ein Foto machen ist das ein Dammhirsch nee das ist ein Rothirsch soll da kann ich eher sein Dammhirsch ist ein bisschen heller vom Fell ich habe wieder ein Foto gemacht aber irgendwie was mir aber aufgefallen ist dass man hier die Trophäen in Anführungsstrichen nicht mehr so präsentieren kann wie in der Hunter Classic da konnte man ja sich dann wirklich so da hinstellen und dann von vorne so ein Bild machen so männlich 105 Trophäenwertung und 48 punkte 861 credits ja du bist jetzt gleich gezogen mit dem Rex der Rex hat nämlich auch 16% vom Compendium abgeschlossen ähm den ersten Treffer habe ich gemacht Muskel Schulterblatt links Lungenflügel links und den zweiten im Laufen im Darm das ist natürlich dann für die Verwertung später also essen könnte man es jetzt nicht mehr kann man schon schmeckt nur scheiße genau aber wie man sieht beim ersten Schuss Muskel Schulterblatt links und Lungenflügel links getroffen normalerweise sollte es ja da mal liegen aber mit der 243er ich glaube fast dass die Standard Munition oh hier direkt vor uns steht eins ja ich sehe es warte willst du es schießen? ja ich bin jetzt auch mal dran sonst kriege ich ja keine Punkte oh ich mein Gewehr immer Alter so warte ich teste jo liegt ja war Wirbelschuss ne also mir bleibt ja keine andere Wahl von hinten naja aber trotzdem liegt ja alles gut ja ich würde sagen ein guter Abschluss ne ja und das sollte meiner Meinung auch ein Damm ne das ist ein Reh bei mir atmet das noch kurioserweise bei mir auch aber steht Trophäe bestätigen steht da schon ja aber ich wie gesagt ich habe genau Brustwirbelsäule getroffen also ich musste ja schießen damit das jetzt drauf geht ne ich krieg dafür aber 850 und 116 EP Erfahrungen habe ich gekriegt nicht schlecht 50 Kilo normal äh Verfolgerdistanz 0 Meter Schwierigkeitsgrad 1 Schwierigkeitsgrad 1 was heißt das wahrscheinlich äh wie du das letztendlich da ähm ich denke Schwierigkeitsgrad der wird danach bewertet wie groß das Geweih ist wahrscheinlich ne wie groß das Geweih ist und ähm umso größer das Tier umso schwieriger ist es ja auch zu erlegen zumindest von mit unseren Flinten jetzt ne ja wie viel Munition hast du eigentlich mit ich habe jetzt noch immer ich habe jetzt paar Mal geschossen habe aber jetzt immer noch 34 und 5 durchgeladen wie viel hast du noch ich habe jetzt ich habe ja zwei Munitionstypen mit einmal 10 Schuss von dieser PSG Munition wie siehst du das wenn du i drückst oder ne äh nicht i sondern dein Inventar ne also einmal sieht man ja rechts unten das ne wenn du dein Gewehr in der Hand hast ja da habe ich eine große 5 stehen und 34 für kleine ich habe ja nur eine Sorte mit und dann kann man wenn man auf M drückt ins Inventar nochmal reingehen genau und dann kannst du ja dann da einstellen was du da alles letztendlich willst ne richtig genau und dann kann man sich da auch noch die Munition tauschen ich habe jetzt zum Beispiel die andere Munition wie da drin da habe ich noch 5 Schuss durchgeladen und 40 auf Lager also ich habe was habe ich denn jetzt für eine Waffe mit ich habe die Ranger 243 mit und welche um wo sehe ich denn die Munition dazu ähm einen Moment unten hast du ja Quick Access steht da ja diese neun Punkte ja achso die Munition siehst du da genau wenn du da rechts rechts wird das dann angezeigt einmal so Ranger 243 ne bei mir steht jetzt nur Oliven irgendwie ich muss das wieder zumal wie krieg ich das zugemacht ja einfach auf äh Karte gehen und dann wieder auf Inventar also einfach switchen äh lass ich mal gucken Inventar so also bei mir steht jetzt naja ich habe jetzt alles doppelt irgendwie Alter was zeigt ihr mir denn jetzt an bei mir ist alles doppelt irgendwie sehe ich jetzt hier das Fernglas wie krieg ich denn das Fernglas da weg das Fernglas wird bei mir auch angezeigt ah da wird bei dir auch angezeigt okay dann ist das nämlich auch noch ein Bug weil das ist ja dann überschrieben weil ich kann meine ich kann meine Munition nicht wirklich sehen ne ja ich kann zum Beispiel jetzt auch mein also ich wollte grad aufs Gewehr gehen und das ging dann auch nicht also beziehungsweise hat mir die Munition Munition angezeigt das ist ja schon komisch irgendwie aber ja gut okay naja ich würde sagen ich lass die Sachen für die anderen eigentlich laufen für die anderen Leute diese Map hier und ähm ja sieben Uhr bleibt das dabei oder ähm eine Stunde bin ich ungefähr weg oder anderthalb und dann müsste ich nochmal essen vielleicht kann ich das aber auch nebenbei machen äh ich schätze lass es mal acht werden die Waren peilen nicht dass ich jetzt sage sieben und dann wartest du wieder ja ich lass die Maps sowieso laufen jetzt ne aber was ich auch ärgerlich finde echt sind dass einfach Leute joinen können weil wenn die jetzt da Rambo spielen hast du ja keine Macht drüber ne ja ja gut in dem Moment hätte ich die Macht wenn ich sagen würde äh ich stelle es jetzt nur für Steam Freunde ne ja gut ja naja gut bis nachher würde ich dann sagen ne jo wir sehen uns auch jo herein tschö user disconnected from your channel